Wir können. Ich mach's lauter. Jetzt geht's los. Boah, einmal durchatmen. Hu! Alter! Alter! Das ist ganz schön. Das ist eine Rebellion, nicht wahr? Alter! Boah, mit dem Kopf gewackelt. Und das hat er gerade kommentiert. Boah, wie Kevin das Spore von Bafuio einfach kommentiert. Alter Schwede, ey. Das ist schon... Das ist schon krass, ey. Ein Sternzerstörer. Ein Todesstern. Oder was auch immer das ist. Eine Frau. Oh, das... Boah, guck mal wie... Oh. Shadowtrooper? Nein! Wie kann man das kommentiert, dass er sich freut? Alter, alter Schwede! What will you become? Boah, alter Schwede! Das war schon richtig krass. Vor allem die Reaktion von Kevin auf die Reaktion von Dennis auf die Reaktion auf den Trailer. Alter! Ich bin gerade so ein bisschen. Ich habe monatelang drauf gewartet, ne? Aber ich hätte niemals gesagt, dass diese Reaktion von ihm so krass sein würde, ne? Boah, das ist Kevin so krass auf die Reaktion von Dennis' Reaktion auf den Trailer. Ich kann gerade... Ich bin gerade so ein bisschen. Also, ich meine, ich freue mich sogar... Ja, 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 ja. Ich freue mich, dass er seine Emotionen so... Ich habe keine Ahnung. Ich bin gerade so ein bisschen.